ja mann ich hab so den geilen sniper hey aber ich muss ein bisschen auf meine ammo aufpassen hey ok weiter geht's vielleicht gibt es vielleicht irgendwo auch mal ammo hier was ist es für die richtige richtung nein ich glaube nicht oder ich schaue mal auf die map wo sind wir hier wir haben uns verlaufen bruder kommando zurück die haben da unten lang ich leide mal ein bisschen sag mal wie du das leidest ich laufe rückwärts und schau dir beim sliden zu was hast du gemacht ist sogar der stefan keine ahnung von dem spiel macht man da ist das vielleicht gibt es ein bisschen mal ammo oh oh yeah gibt mir jemand korrekt ammo ich hab wieder ammo ja 72 man laufen wir richtig muss auf meine looten unverträglichkeit achten hier geht ein tunnel rein was ist das hier da müssen wir hoch du bist richtig wo bist du da lang gelaufen ich bin in so einen tunnel rein und mal geradeaus und dann rechts unten oder was wir müssen zusammen gehen du gehst immer alleine weg machen wie bist du in den tunnel reingekommen ich bin oben ich bin oben jetzt ich habe wieder so fischer am start man ja ja kommt her wie bist du zu den tunnel gekommen man ja jetzt links hoch links hoch da ja ok hier kannst du rein ja 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 dann hier durch krass oder was geht was geht warte hier leg ich mich ein bisschen hin gibt es hier material gibt es hier material ich brauche ein bisschen was hey hier ist ein banjo bruder was geht ab mach du ein bisschen du kannst ein bisschen auf didgeridoo spielen ja ich mach die mission ich brauche dich auf hey waren wir hier schon mal nein es ist alles noch braun da haben wir noch gar nicht hier geunlockt das sieht geil aus man jetzt kann man jetzt erstmal hier auf aufluten das sind doch bestimmt leute erredanz dickseid das ist das wir sind da das ist fast erkannt wie erkannt dickseid du bist schon wieder im kühlschrank oder wahnsinn ja ich hab gemeint auf ich wollte schauen ob da ein krasser kassdring drin ist ja man genau borderlands edition ich brauche halt ammo weißt du ich brauche halt ammo ja verstehe ich man hello person traveling my valuable and irreplaceable distance woher da ist echt die gastrohne oder so eine tussi ja wann musst du dich gedulden du musst du musst du bist du nicht neuer valk hunter hey braut hey braut mach die auge auf mach die oren ab warte habe ich 2000 dollar was geht ab hier ok pass auf ich gebe dir die map und laber mit der rum ist sie sexy warte ich will auf dem arsch schauen wo bist du ja ich weiß nicht die sieht nicht so vertrautswürdig aus die fällig war nicht weißt du Boah, schau mal, was hat denn die, die Protektoren am Arsch, hat die, schau mal, die hat Protektoren am Hinterland. Ich kann es nicht sehen, die dritts nicht. Oh, die Labertate. Weißt du, wie die Labert, die Englischlehrerin. Ich habe jetzt die Map gegeben, ja. Voll gut. Das stimmt, ey. Listening Exercise. Deine Sammler, Loot Area, Loot Area, haben wir ja schon. Wir sollen looten. Hey, 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 du bist da reingegangen. Ja, was die Labert, also ich muss sagen, geiles Spiel, aber was die da Labern tun, die Charakters, die sind ja wohl ein bisschen behindert, oder? Okay, behindert darf man nicht sagen. Zu viel Textanteil, ja. Einfach prall halt. Geht da oben noch was? Ist da was auf dem Dach? Wahrscheinlich schon, oder? Klassiker. Immer, Bruder, immer. Was ist hier? Aber du bist schon längst oben, oder? Ich bin echt schon, gell. Okay. Incoming. Defend Tennis. Defend Tennis. Bleib mal da oben stehen, ist, glaube ich, gar nicht schlecht da oben. Gar nicht schlecht, hast du recht, ja. Okay, give me a chance. Real bummer. So long, Crimson-Traders. Aber wir sind natürlich voll nicht gegessig in Deckung hier, ne? Null Deckung. Warte, ich schieße meinen Kollegen runter, ja? So, don't, you know, say anything stupidly heroic. I'm just up over it. Boah, jetzt haben sie halt massig Handgrader zu schützen, ich meine. Boah, fight for your life, oder was? Second Wind, Bruder. Und dann noch ein bisschen Zeug hier. Ach, dumm. Jetzt geht's ab hier. Pass mal auf hier. Hey, ich muss gerade mal ein Game arbeiten. Nur Erkan. Hey, du hast ja voll fast notiert. Ja, Mann. Ich hab ja einen Winner gehabt, ey. Wo sind die Schweine? Ich seh die nicht, Mann. Wo sind die Teile? Da unten, ey. Die haben uns in Tunnel. So, schöne Sache, oder? Ist da noch jemand? Hallo, ist da wer? Ja, links. Links ist noch einer. Da ist noch einer. Machst du den bitte, oder soll ich? Ich hab ihn noch nicht gesehen, Bruder. Ich bin blind, oder was, ey? Da kommt wieder was, da kommt wieder was, da hinten. Ich bin blind. Kein Problem. Oh, haben wir die Ammo? Oh, ich geh mal kurz hier irgendwie... Mal schauen, ob ich noch irgendwo Ammo find, oder? Okay, Mann. Wir sind so still, wenn wir uns krass konzentrieren tun hier. Schon wieder Out of ammo. Meine Fresse, hey. Ich bin andauernd Out of ammo, hey. Da kommt schon wieder was. Ich brauch ein bisschen ammo, Mann. Fuck you, hey. Ohne ammo ist scheiße. Ich auch, ich hab keine ammo. Achso, ich werde jetzt nur noch snipern. Ich muss snipern. Ja, ich kann chill, chill. Da läuft eine Klimmung. Nachladen dauert auch 100 Jahre. Ja, das wird auch abgerätten, glaube ich. Ja, das wird auch abgerätten. Bruder, ich brauch sechs für mich. Können wir jemanden mit dem in mein Ding reinlaufen, hey? Wo bist du? Bleib liegen, ich helfe dich. Wo bist du? Schön, weiß ich. Danke, Mann, danke, Mann. Ich habe die Ferstelle. Ich bin gut. Ich bin gut. Danke, thanks. Korrekt, korrekt, korrekt. Geil gemacht, oder? Okay, mitten im Battle, hey. Total korrekt. Kommt schon wieder was. Ich hab jetzt nur noch 19 Schuss. Hey, Brow. Hey, Brow. Hey, Brow. Mach die Augen auf. Ich hab die Ohren an, ich bin fast gestern. Was ist hier schon wieder für einer? Da kommt schon wieder einer geflogen. Fuck, jetzt habe ich nur noch vier Schüsse. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR